So Ne, wir haben's Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schrei des Entsetzens Rehem war agil, er sprintete durch die Luft Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit Du musst es machen Du hast Erstoß erlernt Um diese Fähigkeit zu benutzen musst du Bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zählen In die du losstimmen möchtest, Projektile werden dir entgegengesetzt Richtung Köln Ah, okay Schon geil? Also echt Schon geil Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Oh, zu spät Es wird seit von unten irgendwo Jawohl Fick dich, Alter Hä, Alter Oh nein Oh, Tschüss Alter, das ist so übel Friss Schnupper Gas Bösewicht Kennt ihr das noch, Schnupper Gas Bösewicht? Nein Ja Ah Alter Ist echt nicht ohne Ist echt nicht ohne Ah 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 Scheiße, wird getroffen. Geht doch. Schnitzel, so wie es sein soll. Jawoll. Achso. Gut, ich mache das letzte für eins. Jawoll. Das geht doch zackig. Selben Quatsch noch auf der anderen Seite. Dann war's halt. Das geht doch. 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 Nein, ich nehme doch das Ding da ohne. 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 Ich will da hin Aber wie cool ist das denn Die Effekte Das ist total geil Und hiermit beenden wir auch unsere erste Session Ich hoffe es hat euch gefallen Ich freue mich auf euer Feedback Und bis bald Tschüss